Hallo und herzlich willkommen hier im actionreichen Bioshock in Finate. Wir müssen da auf dieses verkackte Luftschiff, aber ich hab keine Ahnung wie. Da kommt man nicht hin, wie kommt man da hin? Los, 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 los. Nur von der Seite, ne? So, jetzt müssen wir da irgendwie hin. Oh, ich hab keine Ahnung wie. Wozu guck, wie ist Elysewiff? Ja, schau an. Zack. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. So, der hält die Fresse und ab da rein. Ui. Kann ich den nämlich gleich töten? Nein, kann ich definitiv nicht. Au. Okay, okay, okay. Ähm, da. Dankeschön. Durch den Schreibtisch, auch nicht schlecht. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ja, alles nach der Reihe. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Joa, gute Planung. Runter, 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 runter. Äh. Wo runter? Fuck. Auf die Seite runter? Ich hoffe doch. Scheiße. Äh. Gebäude, 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 Gebäude. Elisabeth. Scheiße. AAAAA. Dreck misst, dreck misst, dreck misst, dreck misst, dreck misst, dreck misst, dreck misst. Bitte vorbei, bitte. Ei. Passiert. Dankeschön. Ah, wir sind gelandet. Glaube ich. Och nee. Das mache ich eigentlich nichts nicht nochmal. Egal, ich habe keine Konzentration mehr, dann mache ich das das andere Mal noch ein bisschen besser. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich brauche jetzt dringend mal Pause. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.